Ich war total stolz. Sie hatte ein Ziel und hat alles richtig gemacht. Gleich bei Go West. Eine neue Chance für Andreas und eine altbekannte Reaktion. Da würde ich dir gerne noch mal eine zweite Chance geben, dich im Arbeiten auszuprobieren. Weil du im Supermarkt hast dir nicht so gut gefallen und hier hast du jetzt noch mal eine Chance. Freust du dich darauf? Ne. Plus. Oh mein Gott. 3 Tage hier, was soll ich jetzt heute hier schrauben und einen Dornschufe machen? Da muss man sicher auch in der Kaufwälder rumwerden. Das kannst du auch groß geworden älter bringen und das wird mich auch nicht. Man muss jetzt bis oben. Echt. RTL2 empfiehlt den The Dorn-Tip.